Hola Muchachos und herzlich willkommen in unsere bescheitene und gleichzeitig trotzdem gerannte jose und gloriusse Land Tropico, wo wir bauen einen Irrenanstalt für die Leute, die glauben, dass Tropico nicht das beste und großartigste und wundervollste Land auf der ganzen Welt ist. Und die Rebellenbedrohung ist schon wieder niedrig, das ist unschön. Rebellenbedrohung keine, fand ich nämlich geiler. Aber die durchschnittliche Freiheitszufriedenheit ist doch 81, was ist euer Problem? Ich bin doch so lieb, wie sind unsere Auslandsbeziehungen? Ausgeglichen, ja. Wurde ich jetzt an dieser Stelle spontan einfach mal ausgeglichen nennen. Äh, okay. Ähm, ba-dam, 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 Unterstützung 99% ist immer noch sehr geil. Äh, wo sind denn die Umweltschützer? Also die Umweltschützer mögen uns am wenigsten von allen. Ich finde da tatsächlich... Wer ist denn das, da? Ist das das Symbol für den Club El Presidente, oder? Ich weiß, das ist ehrlich gesagt, was genau. Ähm, ich würde mich mal überlegen, ob wir uns bei den Umweltschützern ein bisschen einschmeicheln, indem wir hier diese Arbeitsmarktpolitik festmachen. Wir könnten ja, wir haben sieben Nutzungen übrig für ein überzeugendes Gespräch. Denn ich werde die Verfassung nicht ändern, ja. Ganz ehrlich, ich werde die Verfassung nicht ändern. Da würde ich ja die Frühjagd herausnehmen. Und mit der sind die Leute ja eigentlich ganz zufrieden. Sie haben die Erde zur höchsten Priorität gemacht und alle sind glücklich. Oder sie wären es, wenn sie wüssten, wie wichtig der Planet ist. Es ist ja nicht einfach, nur ein runder Fels im Weltall. Es ist unser Zuhause. Natürlich ist es auch unsere Toilette. Ich glaube, die Metapher ist da eben irgendwie meinen Händen entblitten. Aber was zählt, ist, dass der Planet ihnen dankt, weil seine Bewohner nicht so gut darin sind, sich um ihn zu kümmern. Und wenn ich mal auf unser Konto gucke und da 534.427 Dollar erblicke, würde ich jetzt spontan als Bedrohung für diese Quest einfach mal den Ruf bei den Umweltschützern benutzen. Obwohl wir das bei einer Zustimmung von 98% in der Bevölkerung höchstwahrscheinlich jetzt auch nicht so prinzipiell nötig haben. Und es war vielleicht dumm, diese Quest jetzt überhaupt zu erfüllen und mir die nicht für einen späteren Zeitpunkt aufzuheben, wo mir das Ganze vielleicht ein bisschen mehr entgegengekommen wäre. Aber naja, was soll's. Was soll's. Jetzt warten wir erstmal. Ich will es ja langsam angehen lassen. Aus dem Grund warte ich jetzt tatsächlich auch erstmal darauf, dass die Irrenanstalt hier fertig gebaut ist. Das ist, glaube ich, das einzige Gebäude, was gerade noch gebaut wird hier bei uns. Ein bisschen abseits. Den Tourismus mache ich zum Schluss. Wenn wir die anderen Gebäude gebaut haben, dann kümmere ich mich um den Tourismus. Und dann gucken wir mal. Oder sagen wir mal, wenn ich einen Großteil der anderen Gebäude gebaut habe, dann kümmere ich mich um den Tourismus. Weil das ist tatsächlich, das ist so eine Baustelle, wo ich davon ausgehe, dass ich da tatsächlich einige Zeit mit beschäftigt sein werde. Und dann fände ich es einfach ganz cool, wenn ich auf der einen Seite da schon mal so ein paar finanzielle Rücklagen habe, auf die wir dann zurückfallen können, wenn es am Anfang vielleicht nicht so ganz ideal läuft. Und wenn ich mich gleichzeitig halt auch nicht so super viel noch um irgendwelche anderen Dinge in unserem kleinen Inselkönigreich hier kümmern muss. und mich dann zweifellos ohne jegliche Gedanken an eine Belohnung, klar. voll und ganz halb auf die Tourismusbranche in Tropico dann auch konzentrieren kann. Ich kann keine Selbstlosigkeit verlangen. Es gibt nur einen selbstlosen Tropikaner. Und der trägt eine Zwangsjacke. Aber der Eintritt in den Himmel kann nicht erkauft werden, Presidente. Sie können natürlich den Souvenirladen der Kirche besuchen. Nämlich auch mal den Ruf bei den Religiösen. Ich glaube, die mögen mich auch nicht mehr so sehr, seitdem ich sie aus dem Club El Presidente rausgeschmissen habe. Und hier sind jetzt tatsächlich nur noch die Arbeitsmodi. Irrenanstalt und Bank. Okay, und die Highschool. Highschool und Kontrollpunkt. Ja gut, den Kontrollpunkt, eine Spionage-Akademie haben wir aber noch nicht gebaut. Den Kontrollpunkt haben wir schon umgestellt. Bei der Highschool können wir nach den Arbeitsmodi nochmal gucken. Und in Bank und Irrenanstalt dann, ne? So, würde mich jetzt zum Beispiel mal interessieren, hier. Irrenanstand, äh, Anst... Irrenanstalt. Ach, wir können Gebäude deaktivieren? Das ist, das ist gut zu wissen. Äh, behandelt Personen, die sie eingewiesen haben. Sie verlieren ihre politischen Ansichten. Auf Anordnung von El Presidente ist es Tropikanern untersagt, verrückt zu sein. Tropico setzt ein Zeichen. Doch manchmal müssen Unruhestifter abseits von Telefonen verwahrt werden. Dafür gibt es die Irrenanstalt. Aber schön, so ein bisschen außerhalb. Das ist, das ist, äh... Meine Art, mit der Sache umzugehen. Widerstandskammer. Erhöht die Effizienz um 20%. Dieser Bonus ist nicht kumulativ. Das Gebäude benötigt 5 Megawatt Strom. Dann brauchen wir hier aber höchstwahrscheinlich dann auch, äh... Verteilerkasten, ne? So, was haben wir denn hier? Ruhe in Wiederholung ist Standard. Der Weg der roten Pille. Häftlinge, die ihre Strafe abgesessen haben, sind große Fans von El Presidente und werden Leute, die sie treffen, für eine Weile beeinflussen. Die Unterhaltskosten steigen um 20 Dollar und die Löhne um 2. Und der Weg der blauen Pille. Häftlinge, die ihre Strafe abgesessen haben, denken, sie wären Touristen und tragen bei ihrer Abreise mit einer guten Bewertung bei. Die Unterhaltskosten steigen um 20 Dollar und die Löhne um 2 Dollar. Da kann man tatsächlich immer drüber nachdenken. Aber prinzipiell... Prinzipiell, äh... Also da haben wir jetzt natürlich so ein bisschen die Möglichkeit, bestimmte Fraktionen, äh, so ein bisschen runterzudrücken in unserem Land von ihrer Präsenz her, ne? Ja, die Industriellen zum Beispiel, die mögen uns nämlich gerade gar nicht. Hm. Aber ich würde jetzt... Jetzt im Moment erachte ich es tatsächlich nicht als unbedingt notwendig, da großartig aktiv zu werden. Was mich viel mehr interessiert, ist, haben wir hier Strom. Oh, die Irrenanstalt ist im Stromraster mit drin. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Was natürlich so überhaupt nicht mit drin ist, ist hier oben die Touristeninsel, die zukünftige. Aber wir können die Touristeninsel natürlich auch hier um die Irrenanstalt herum bauen. Die Option hätten wir auch. Das wäre auch irgendwie lustig. Äh, Highschool. Highschool. Highschool lassen wir hier oben irgendwo anstehen. Da. Das ist eine Bibliothek. Da ist eine Highschool. Was haben wir denn hier? Militärische Bildung. Die Effizienz wird um 10% verringert. Alle Absolventen haben eine Chance von 50% die Ideologie ihrer Fraktion zur Militaristenfraktion zu ändern. Und kirchliche Bildung, äh, ist das gleiche in grün dann nochmal für die Fraktion der Religiösen. Und ich bin, äh, die Militaristen, die mögen mich ja. Ja, die sind ja, die sind ja mehr oder weniger so richtig schön begeistert von meinem Führungsstil. Da habe ich ja, äh, tatsächlich die, die, die größte Unterstützung unter der Bevölkerung. Und da bin ich tatsächlich gerade so ein bisschen am Überlegen, ob wir unsere, unsere Highschools und, falls das geht, potenziell halt auch unsere Universitäten so, so ein bisschen für das, für das Brainwashing unserer Leute benutzen sollen, um die so ein bisschen in Richtung tatsächlich der Militaristenfraktion auch etwas zu drücken. Ich hatte so ein bisschen Angst, es gibt ein Achievement. Das heißt, ähm, überleben sie einen Militärputsch. Ja? Und wer führt in der Regel solche Militärputsches durch? Die Militaristen. Ja, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das irgendwas damit zu tun hat, wie mächtig die Fraktion auf der Insel wird. Oder ob das halt eher dadurch ausgelöst wird, dass, äh, die, die Zustimmung der, der Militaristen mehr gegenüber so ein bisschen in den Keller stürzt. Aber ich bin, ich bin halt so ein bisschen vorsichtig damit, den Militaristen da zu viel Macht an die Hand zu geben. Weil ich halt weiß, dass es diese Möglichkeit gibt. Was haben wir denn in der Bank? Nationalbank. Das Gebäude erbringt jeden Monat mit der Staatskasse 5% Zinsen bei einer Effizienz von 100 bis maximal 1000 Dollar. Der Zinssatz sinkt mit jeder zusätzlichen Bank in diesem Arbeitsmodus. Was irgendwie kontraproduktiv ist. Schmiergelder. Überweist jeden Monat 2% von bis zu 200 Dollar des Staatskassenkontos auf ihr persönliches Schweizer Nummernkonto. Warum das potenziell nicht so die beste Idee ist, das haben wir ja tatsächlich in den vergangenen Folgen so ein bisschen am eigenen Leib zu spüren bekommen. Da will ich nicht unbedingt wieder hin. Private Geldgeschäfte. Erbringt jeden Monat 2 Dollar Einnahmen pro reichem und stinkreichem Bürger. Gut, pass mal auf, wir haben zwei Banken. Wir haben zwei Banken und wir haben ja in der Beschreibung für den Arbeitsmodus der Nationalbank steht ja drin, dass je mehr Banken wir besitzen, die auf diesem Nationalbankmodus laufen, desto geringer wird der Zinssatz, mit dem sich tatsächlich das Geld auf unserer Staatskasse dann auch erhöht. Was bedeutet, dass es Blödsinn ist, zwei Banken zu haben, die beide in diesem Arbeitsmodus laufen. Ja, dann können wir den einen auf die Nationalbank stellen. Ja, das ist dann, machen wir die hier bei den Botschaften und alles. Und die hier jetzt noch ein bisschen außerhalb, das wird jetzt, die macht jetzt private Geldgeschäfte. Welche Effizienz haben die denn, 107? Und mich würde halt einfach mal interessieren, wie viele stinkreiche Bürger haben wir denn? So, guck mal, reich und stinkreich haben wir einiges, haben wir 153 reiche und vier stinkreiche Bürger. Das heißt, 157 reiche, schrägstrich stinkreiche Bürger in unserem Land insgesamt. Und das bedeutet 306, 306? Nein, 314. 314 Dollar pro Monat dann durch eine Bank. 314 Dollar durch eine Bank. So, jetzt die Frage, wie viel Unterhalt kostet ihr? Wie viel bezahlen wir an die Banken? Das kann ich doch in den Finanzen auch nachgucken. Ausgaben. Gut, das ist jetzt auf 12 Monate gerechnet, da müsste ich jetzt mal den Taschenrechner nehmen. Ja, die Löhne übersteigen schon das, was wir durch das... Okay, dann vergesst meine Idee. Zumindest im Augenblick. Wir sollten die Anzahl der stinkreichen Bürger im Blick behalten. Ich habe überlegt, ob wir noch zwei, drei Banken bauen. Und halt auch auf diesem... Für stinkreiche Bürger kriegen wir Gelddings laufen lassen. Aber das kostet uns mehr, als es uns einbringt. Aber wir sollten das so ein bisschen im Auge behalten, wenn wir mehr reiche und stinkreiche Bürger in unserem Land versammeln können. Dann ist das überhaupt kein Problem. Dann lohnt sich das dann auch. Im Augenblick ist es einfach... Es bringt halt nichts. Wir haben eine Netzbilanz von plus 249. Wir werden garantiert noch ein weiteres Kraftwerk bauen müssen. Aber hier sowieso schon... Ich hätte es gern hier direkt so nebenan, wisst ihr? Ja, das geht nicht. So, wäre auch schick, aber ist halt nicht optimal von der Straßenlage her. Aber so geht es. Dann können wir da gleich noch ein paar Wohnhütten daneben knallen. So, warte mal. Die Leute, die hier arbeiten... Die sind alle reich. Okay. In Atomkraftwerken arbeiten reiche Leute. Reiche Leute... Die können halt in Luxusvillen wohnen hier, ne? Die Luxusvilla direkt neben dem Atomkraftwerk. Ja, wer will da nicht wohnen? Und in das Apartmenthaus können wir hier nochmal dazu knallen. So, das wird natürlich alles dann noch mit Strom versorgt. Das bedeutet natürlich auch, dass wir jetzt erstmal wieder einen Moment warten müssen. Bis... Bis das Gebäude jetzt hier auch gebaut sind. Ich will halt nicht zu viel auf einmal starten. Sehr gut, sehr gut. Ich bin froh, dass dieses Geschäft ein Erfolg für uns war. Und wir haben Autos exportiert. Ich bin begeistert. Ich bin echt begeistert. Moment, hat der Broker eigentlich... Was hat er denn zur Zeit für Angebote? Eigentlich nix, ne? Eigentlich hat er gar nichts im Angebot. Und... Die Bürger verlangen nach Wahlen, Presidente. Es hat den Anschein, als wollten sie mitentscheiden, wie sie regiert werden. Wie egoistisch. Ja, ich werde eine großartige Rede halten. Ich werde die beste Rede halten, die ihr Sausäcke von Lumpenpack jemals gehört habt. Ja, und vielleicht wird sie diesmal ja tatsächlich auch mal im Radio übertragen. Das wäre ja was. Unser großes Problem ist die Spaßzufriedenheit. Das ist schon klar. Und die Industriellen, die loben wir mal ein bisschen. Denn der Ostblock ist schuld. Das machen wir nicht. Aber versprechen du dich gar nichts. Das ist mir nicht blöd. Versprechen werde ich dann... Moment. Also eine Arbeitszufriedenheit von 63 ist zu hoch, um da irgendwas zu versprechen. Aber die 81 in der Freiheit ist okay, ja? Äh, ne, ich werde... Versprechen werde ich gar nichts. Einwohner von Tropico. Mein Volk. Meine Kinder. Euer Wohlstand ist meine Auszeichnung. Eure Solidarität ist mein Glaube. Und ich empfange eure Liebe mit Dankbarkeit. Ihr seid mein Tropico. Ist mein Volk gelangweilt? Lasst euch von Präsidenten unterhalten. Nichts macht mehr Freude. Lasst Präsidenten eure Freude sein. Ihr könnt das Leben nicht genießen. Lasst, Präsidenten, es für euch genießen. Ohne Zweifel muss Tropico wachsen. Wir verdanken den Industriellen so viel unseres Wohlstands. Sie schaffen Arbeitsplätze und Handel und verlangen nur wenig als Gegenleistung. Der Ostblock bringt nichts als Zwietracht und Konflikt in die Welt. Ich verurteile jene, die unverhohlen von globaler Unruhe profitieren. Ein freier Markt braucht eine unsichtbare Hand. Meine Versprechungen mache ich voller Demut. Ich bin Tropico. Eine Stimme für El Presidente ist eine Stimme für mich. Beste Rede ever. Ja, das war doch schön. Das war doch, das war's. Herz erweich, herzzerreißend war das. Ja, ähm. So, wie fand denn der Ostblock die ganze Geschichte? So ein bisschen Scheiße. Aber auch wirklich nur so ein bisschen Scheiße, ja. So, und jetzt macht mal hin hier. Macht mal hin, gebaut mal die Gebäude, damit wir die dann auch tatsächlich gleich hier an unser neues Stromnetz anschließen können. Nicht jede Nation ist mit Tropico befreundet, Fress. Nicht so, wie wir befreundet sind. Manchmal muss man seine Nachbarn im Auge behalten, nicht wahr? Sie könnten ihre Frau begehren oder ihren Hintern oder sogar die Nummer für ihr Schweizer Nummernkonto. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Also lassen sie uns besonders vorsichtig mit unseren Nachbarn umgehen, wo immer die auch sind. Das ist das Vernünftigste. Schließen sie den Überfall, sabotieren Ostblock ab. Ja, klar, machen wir. Es steht sowieso auf unserer Agenda. Von daher, da ist ja dann auch eine, eine, ähm, potenzielle Allianz mit den Westmächten drin. Da wird sich Tropico diesmal im, im Konflikt des Kalten Krieges dann vielleicht auch für die Siegerseite entscheidet. Ich weiß noch nicht, mal gucken.